hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem let's play von ori and the will of the wisps und mal wieder beginnt das nächste video im menü da wir wieder einen absturz hatten im letzten video leider trotzdem ja ich sag mal beta patch ich hoffe der fortschritt wort übernommen dass uns der geister splitter wo sind jetzt los hier speichert er okay wir schauen jetzt erst mal ob wir den wie hieß er denn jetzt lebenskraft glaube ich lebenskraft den haben wir zehn prozent bonusschaden bei mehr als 50 prozent gesundheit den hat er zumindest gewertet allerdings habe ich etwas sorge da das spiel auch gerade wieder so ein verhänger hat dass es gleich wieder passieren wird an dieser stelle hier gerade festhängen denn ich glaube anders kommen wir jetzt erstmal auch nicht weg außer wir gehen oben lang weil diese stelle hier genau diese stelle ist ja der absturz faktor so wenn hier die zwei prozent sind die fehlen haben wir ein problem zumindest solange der patch noch nicht da ist wir kommen gar nicht oben rum wir müssen hier durch wir müssen hier also daumen drücken dass nicht wieder ein absturz passiert oder ich muss über das portal zurück jetzt kommt die stelle der wahrheit ja gut meine vermutung war ja eh dass es hier unten was fehlt aber hier waren wir drin hier waren wir drin genau ich weiß noch nicht ob wir unter wasser schon drin waren da müsste ich noch mal gucken äh was heißt unter wasser das ist ja gar nicht unter wasser hier gut und hier gut auf weg mit dir nein doch unten waren hier gut 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 Und dann könnte es eigentlich nur die Stelle hier über Bajor sein. Ansonsten müssen wir uns noch ein paar Karten holen, die uns Sammelgegenstände zeigen. Denn dann werden wir garantiert darauf stoßen, was uns fehlt. Ach, wir sind wieder bei denen. Ich glaube, dann fehlt uns tatsächlich. Hey. Hier ist der Stachel immer sehr. Ich kann alle so schön auf einem Ort hängen. Hey, 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 hey. Ihr seid ganz schön freck hier. Und auch mit dem Volk. Aber da links haben wir auch. Man sieht da oben noch den Haken, dass da irgendetwas hängt. Das heißt, auch hier, die 2%, die uns fehlen, sind aktuell unbekannt. Genau wie beim Brunnenquell. Es sind genau 2%. Was ist da los? Ja, okay. Dann muss ich mir jetzt erstmal überlegen, wo wir als nächstes hingehen. Was auf jeden Fall schon mal interessant wäre, ist, wenn wir uns nochmal die Quests angucken. Von Hand zu Hand. Ja, da haben wir keinen. In die Dunkelheit. Dafür brauchen wir eine Laterne. Wir haben eine Laterne, aber ohne Kerze. Vielleicht bringt die uns ja auch weiter. Vielleicht müssen wir die Laterne gar nicht abgeben, sondern dass wir sie für uns selbst brauchen. Wiederaufbau der Lichtung. Aufforstung der Lichtung. So, Laterne, Licht. Das ist das Einzige, was uns gerade so ein bisschen fehlt. Wo könnten wir das finden? Wir haben hier unten Eiergerüchte, wären vielleicht noch ganz gut. Haben wir vielleicht einen Filter für Gerüchte? Ne, für Quests. Da sind die auch. Wir haben hier unten, in der Nähe des Geisterportals, gäbe es einen Schrein. Ja, aber wir kommen ja hier durch diese Knochen noch nicht durch. Das ist ja aktuell das Problem, dass wir die noch nicht zerstören können. Da haben wir auch ein Gerücht. Das wäre eine Anlaufstelle. Dass wir hier hingehen. Hier ist auch die Wahrscheinlichkeit groß, dass wir eine Laterne finden. Oder wir brauchen eine Laterne, um hier weiterzukommen. Mitternachtshöhen klingt finster. Ähm, was haben wir noch für Gerüchte? Da kommen wir in den Luma-Seen. Schimmelfest. Wobei, hier soll es doch so dunkel sein, oder nicht? Ne, hier sind die Spinnen, wurde uns gesagt. Äh, tete. Oder waren das die Mitternachtshöhen? Ich weiß es nicht mehr. Aber ich glaube, am sinnvollsten wäre es jetzt, diesem Gerücht hier nachzugehen. Da kommen wir ja noch nicht hin. Und hier auch mal nach einer Laterne zu suchen. Ich glaube, das ist tatsächlich jetzt, äh, mein nächster Anlaufpunkt. Wir machen noch mal alle Filter an. Hm, vielleicht sollten wir hier uns ins Tinten-Mord teleportieren. Da waren wir nämlich nicht mehr, nachdem wir das Wasser gereinigt haben. Und wir haben doch etliche Fähigkeiten hinzubekommen. Es ist also sehr gut möglich, dass wir hier einige Sachen noch erledigen können. Aber, das will ich nicht über dieses Portal machen. Da fürchte ich einen weiteren Absturz. Das heißt, ich werde mich tatsächlich von hier wieder Richtung, Richtung, Richtung bewegen. Und, vielleicht auch noch einen Kartenzusatz kaufen. Hm, ich glaube 2000 kostete noch einer. Ah, wie viele gute Taten wir hier schon vollbracht haben. Drei Bauobjekte, drei Bauprojekte fehlen nur noch. Vier Samen. Ist das da hinten auch Samen? Da ganz rechts. Obwohl, das können wir nicht anwählen. Nee, nur noch drei Samen. Hm, ein Moki ist zu seiner Familie zurückgekehrt. Vielleicht sollten wir auch mal nach ihm schauen. In der Mitte können wir auch anwählen. Ja, wir haben ja noch drei Punkte, aber es sind zwei nur noch, die fehlen. Wahrscheinlich haben wir dann das ultra-Irrlicht. Okay, nochmal zurück zur Karte. Wir gehen hier also rechts und dann runter, zurück zur Lichtung. Schauen mal, was wir uns noch leisten können. Vielleicht bei Twillen oder hier bei, nee, nicht bei Grom. Wie hieß er bei Offer? Wo ist Offer? Nee, das ist doch Offer hier, ne? Nee, Offer ist ganz weit rechts. Und bei Lupo die Karte. Ja. Machen wir es so. Hallo, Bayoua. Ich hoffe, er ist ausgeschlagen. Ach, hier mussten wir ja gar nicht lang. Das mache ich immer hier den Fehler. Hier mussten wir runter. Und dann hier rechts. Glaube ich. Das sieht gut aus. Das sieht mir nach Richtung aus. Hallo. Bayoua ist erwacht. Stimmt es, dass er sich für alle an alles erinnert? Es gibt Tage, da möchte ich mich erinnern. Doch an anderen Tagen möchte ich vergessen. Ich werde ihn jetzt nicht besuchen. Die Frage ist auch, ob wir tatsächlich Quorlock nochmal einen Besuch abstatten sollen. Na, Motani. Ich schau erst mal, was Zwille noch hat. Geistersplitter-Verbesserungen. Das mit Lebenskraft ist schon geil. Haben wir auch was für den Katalysator? Ja, hier. Erhalte noch mehr Energie, wenn du Nahkampfschaden verursachst. Wenn du Nahkampfschaden verursachst. Da steht es. Das ist, das ist super. Wir könnten auch nochmal die Belastbarkeit aufs Maximum bringen. Bis zu zwei Feinden, an denen wir uns festhaken können. Ich glaube, vielen Dank für deinen Besuch. Ich glaube, eher würde ich die Karten hier bei Lupo nochmal aufbessern. Machen wir doch das. Tock, sagst du was zu der Laterne? Kaum wandere ich zurück in diese Gefilde. Da muss ich schon hören, was sich draußen an der Spitze zugetragen hat. Klingt, als müsste ich mich wieder auf den Weg machen und es mir selbst ansehen. Die Wahrheit ist, als ich all das Eis da draußen sah, habe ich die Hoffnung aufgegeben, eh wieder den Blütenbaum oder die grünen Hügel der Spitze zu sehen. Jetzt klingt es, als sei der Frühling zurückgekehrt. Alles dank dir. Nicht schlecht für so einen Federlosen. Also wir müssen auf jeden Fall noch irgendwie ein Dash werden, der uns aus dem Wasser raus katapultiert. Das würde ich schon behaupten. So, wir gehen jetzt erst mal zu Lupo. Vielen Dank für deine Hilfe bei der Erkundung des stillen Walds. Hm, sie ist vielleicht nicht meine genaueste Karte, aber es ist definitiv eine der aufregendsten. Genau genommen sind alle Karten aufregend. Doch wenige erfordern solch einen Wagemut von ihren Kartografen. Auf diesen Karten habe ich einige meiner Beobachtungen markiert. Interesse? Splitter offenbaren. Das wäre natürlich auch gut, aber ich nehme jetzt erstmal die Energiezeichen ab. Vielen Dank. Schauen wir mal. Vielleicht. Ich glaube, das gehört schon zu den Luma-Seen. Ja, das gehört schon zu den Luma-Seen. Sieh an, sieh an, sieh an. Ah, nee, das ist die Brunnenquelllichtung. Entschuldigung. Nee, die zwei Prozent, die... Hm. Im stillen Wald haben wir die Prüfung hier noch nicht gemacht. Ich glaube, den Kampf hatten wir beim Schreien hier, oder? Hatten wir den schon? Das ist immer das Blöde. Dass man das nicht sieht. Zwei Schreine fehlen uns noch. Der eine befindet sich hier. Könnte das hier auch ein Schrein sein? Ich weiß es nicht. Da müsste ich nochmal alle meine Videos durchschauen. Ich wollte jetzt auf jeden Fall ins Tintenmoor. Und dann hier lang, oder? Nein, 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 nein. Also erzähle ich denn. Obwohl. Doch hier ins Tintenmoor wollte ich. Hier in... Zu diesem Portal wollte ich. Denn da kommen wir da unten hin. Und da geht's auch wieder in die Luma-Seen. Das hier gehört auch alles zum Tintenmoor. Ja, gut. Aber vielleicht... Ach, Quatsch. Hier oben kommen wir doch auch, glaube ich, wieder raus, oder? Ah, nee, hier und dann war da das... Der Sand zum Durchwühlen. Jähu! Jähu, jähu, jähu! Es war mir wie immer ein Vergnügen. Willst du deine Fähigkeiten verbessern? Okay, Stichflamme. Lade eine Flamme auf, um alle Gegner in Sichtweite in Brand zu setzen. Wasser... Ja, 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 ja. Die Wasseratmung. Eines der ganz, ganz wichtigen Sachen, die wir auf jeden Fall benötigen. Wahrscheinlich werden wir das auch bei den Luma-Seen brauchen. Nicht unbedingt brauchen, aber es wird einiges vereinfachen. Also, die Wasseratmung, die belegt ich schon mal. Lass dich nicht überrumpeln, Geist! Müssen wir die hier auswählen? Nein, die ist passiv. Also dürfte sie hier bei sein. Böp, 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 böp. Ich sehe sie gerade aber nicht auf der linken Seite. Seht ihr sie, die Wasseratmung? Nee, nicht wirklich, ne? Die passiven Sachen müssten doch eigentlich hier mit bei sein. Es ist ein bisschen schade, dass man das nicht wirklich sieht. Irgendwo. Auch nicht mal beim Inventar. Geist. Ach ja, da brauchen wir diesen Däsch aus dem Wasser. Und das ist irgendwie auch noch nicht da. Gut, wir haben hier schon mal die Wasseratmung erworben. Ich gucke noch mal, wie viel Geisterlicht wir jetzt noch haben. 1.173. Ich glaube, dann können wir auch noch mal bei Thrillen ein bisschen aufbessern. Warum nicht? Oder wir können uns ja auch noch mal seine Splitter angucken. Ich glaube, die waren jetzt nicht so eine zusätzliche Energiezelle. Mehr Schaden gegen fliegende Gegner. 10%. Eine Chance von 10%. 50% Bono-Schaden zu verursachen. Das könnte auch ganz nett sein. Tausch. Überladung. Bin ich überhaupt keinem Freund von. Und Lichternte. Feinde lassen. Zwei zusätzliche Geisterlicht-Kugeln fallen. Äh... Wäre auch eine Idee, weil dann würden wir ja schneller an Geisterlicht kommen. Aber erstmal nehme ich die Verbesserung. Welche Verbesserung wollte ich denn jetzt nehmen? Die Lebenskraft, obwohl wir es noch gar nicht nutzen. Ich kaufe erst mal das. Dann gucken wir... Wir kaufen die Lichternte. Dann verbessern wir von 900... Ach, warum nicht? Die Lebenskraft verbessern wir. Das, wenn wir einen Slot haben und das ausrüsten, dann ist es ganz nützlich. Katalysator. Naja, das ist zu teuer. Aber ich könnte mir noch eine zweite Lebenszelle dazu holen. So. Vielen Dank für deinen Besuch. Ja, ja, wir geben heute... Wir geben heute Geld aus. Wir haben die Spendierhosen an. Nach Vitalität habe ich gar nicht ausgerüstet, ne? Na, egal. Wenn wir irgendwie einen harten Gegner haben sollten, dann haben wir immerhin was in der Hinterhand. Dann teleportieren wir hierhin. Nochmal gucken, wo das jetzt genau war. Genau hier sind wir nämlich noch nicht im Wasser gewesen. Und wir sehen unten schon, dass es da halt was zu sammeln gibt. Ach ja, da kam hier die. So, Wasseratmung ist auf jeden Fall aktiv. Das heißt, wir müssen uns nicht beeilen. Und wir müssen das Geisterlicht hier erstmal an uns nehmen. Und da unten haben wir noch Gorlek Erz. Da oben haben wir Lebensenergie. Das wäre auch eine Idee. Häufiger mal auf die Karte gucken, wo es noch Sachen zu sammeln gibt. Lassen Sie uns in Ruhe. Ja, ich würde das mal versuchen. Ich bin nicht mehr so. 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 Das war es heute. Gucken wir mal, ob das irgendwas bringt, wenn wir uns mit dem Lichtstrahl nach oben katapultieren. Ja, da haben wir die Lebensenergie. So, damit haben wir wieder ein weiteres Fragment. Und leider noch keine volle Zelle zusammen, aber wieder etwas mehr. Dann würde ich jetzt mal nach der Energiezelle hier gucken und nach dem Gawlek at Stort. Gawlek at Stort. Ups. Stimmt, das ist ja auch quasi ein Selbstläufer. So, damit hat sich unsere maximale Energie aber schon mal erhöht. Da haben wir also wieder ein zweites, eine zweite Hälfte zusammen. So, und dann gehen wir jetzt nach links. Autsch. Autsch. Da brauchen wir kein Sprint aus dem Wasser raus, sondern haben hier einen schönen Ast. Dass wir auch hier schön an das Gawlek-Erz kommen. Ups. Weiter geht die Reise. Da unten hätten wir noch eine Energiezelle. Da kommen wir definitiv nicht dran. Ich glaube, dann schaue ich mich jetzt hier hinten erstmal in diesem noch nicht erforschten Bereich um. Chad. Äh, são Stort. Ich denke, wegen der Nagel-Herrk ability So, und speichern unser Spiel. Waren wir hier im Wasser schon? Ich glaube vorhin, ne? Ja, hier waren wir doch vorhin. Genau, hier kommen wir aber in die Luma sehen. Stimmt, hier bin ich umgekehrt, weil ich sagte, hier mussten wir ja noch gar nicht hin. Das war ganz am Anfang, wo ich hier meine erste Energiezelle gesucht habe. Das ist ja interessant, wo wir hier hinkommen. Oh, oh, nicht geisterlich. Das zählt alles noch zum Tintenmoor, Leute. Ich glaube, das ist jetzt schon Luma sehen. Hey, 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 das ist ziemlich gemein. Ich wollte die Luma sehen, wollte ich ja noch nicht. Ich wollte, wenn, dann da unten gucken, dem Gerücht nachgehen. Genau hier jetzt unter. Hier finden wir auf jeden Fall nochmal Gornack-Erz. Ah, da winkt ja schon bald das nächste Bauprojekt. Was? Was für ein Glück, dass wir... Oh, kleiner Spinnenmann. Oh, der Käfer. Puh. Der Sandwurm ist auch wieder da. Wo kommt ihr denn alle her? Habt ihr ein Netz oder was? Da kommen ja echt immer mehr. Endlich rüste mal... ... meinen Stachel aus. Er schießt mal wieder in eine komplett falsche Richtung. Der gute Mori. Ich glaube, da unten gibt es auch nichts. Hm, müssen wir die alle vernichten, damit das aufgeht? Oh, der ist ganz schön dreist hier. Das ist schon auffällig, dass wir auf jeden Fall so viele Gegner kommen. Ich glaube, wir müssen uns tatsächlich besiegen, damit es hinten aufgeht. Und da distance ein الص pit unavgroup. Oh, das ist schon mal für Experten. Und da unten bin ich auf jeden Fall? Um, اس leicht zu kaufen und wenn ich um das zu verbessert bin. Ja. Ich dachte, wir hätten ihn. Jetzt haben wir ihn. Ja, die Tür geht tatsächlich auf. Dieses Schloss steht ja eigentlich immer für Kämpfe. Und finden hier einen weiteren Geistersplitter. Lebenspakt. Damit kannst du Gesundheit einsetzen, um Zauber zu wirken, wenn du keine Energie mehr hast. Oh, eine sehr gefährliche Sache. Wenn man das aus dem Auge verliert, bringt man sich selber noch durch Zauber um. Blut Magie. Davon hält Ori nichts. Ich dachte, das wäre was zum Sammeln, weil die so geleuchtet hat. Ich wollte deine... ...Sorten. Mitternachtshölen, Tintenmoor. Nein, wir wollen in die Mitternachtshölen. Dem Gerücht auf den Grund gehen. Stefan, hier müssten wir doch eigentlich schon... Ja, hier waren wir sogar auf der Ecke. Darum waren wir schon alles eingesammelt. Ich würde mich einfach nicht verlieren. Na, komm komm komm! Danke! So jetzt kommt die Stunde der Wahrheit, ob wir hier überhaupt hin können oder ob die Dunkelheit uns hier auch schmerzt Moment... Ich habe das Gefühl, dass die Dunkelheit uns wehtun wird Wieso gehen das nicht mehr aus? Ich glaube, da brauchen wir so eine Art Wasserdäsch, ne? Wo kommen wir von der Seite ran? Nein! Das schließt direkt, wenn wir uns nähern! Was soll das denn? Da haben wir wieder Tock stehen! Ah, willkommen! Du kommst gerade recht! Ich habe diese Steine entziffert! Mit den dahergelaufenen Beobachtern mag es bloß ein Stapel Steine sein, aber ich sehe einen Schlüssel! Siehst du, wie einige lang und andere kurz sind? Es sind Noten einer Melodie! Ich bin sicher, das Lied öffnet dieses Tor zu den Mitternachtshöhlen! Ich weiß nur nicht wie... Okay, da soll ich jetzt was stehen! Hm? Wie bümmelt man die denn? Ah ok. So, mal schauen, wir haben... Eine lange, eine mittlere und eine kleine Blüte. Ich würde jetzt sagen lang, klein, mittel, mittel, lang, klein, mittel, äh lang, lang, klein, mittel, lang, klein, mittel, lang, klein, zweimal mittel. Probieren wir es einfach mal. Lang, klein, zweimal mittel, dann wieder lang, dann den kleinen, nochmal den langen. Das hat mir klappt. Finde das Artefakt in den Mitternachtshöhlen. Okay. Du hast den Weg zu den Mitternachtshöhlen geöffnet. Gute Arbeit. Gut. Ich hoffe, wir brauchen keine Laterne. Wie tief geht das hier ab? Mitternachtshöhlen. Gehge. Geh. oh da oben haben wir noch mal unseren Kartenverkäufer ach wir haben wieder diese Portale die wir aus dem ersten Teil kennen okay okay Mann hallo mein guter Reisender sieh dir die Löcher hier überall sind dir die Löcher hier überall aufgefallen sieht aus wie die Spuren einer gewaltigen Kreatur nun ich für meinen Teil bin froh dass sie lange fort ist und mir so ein faszinierendes Rätsel hinterlassen hat möchtest du die Möchtest du eine Karte dieser tückischen Tunnel für 125 geisterlich erschienen natürlich vielen ließen Dank mhm die sind ja recht übersichtlich nicht so viel wie gedacht da unten haben wir auch ein Portal hinein in den Bau öffne das Portal und finde ein Artefakt für Tok da oben haben wir auch noch einen Raum den haben wir eben aber nicht gesehen da scheint das wacht ne Moment 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 nochmal nochmal auf die Karte mein guter Lupo da haben wir das Questziel also wir müssen alle Schlüsselsteine hier sammeln oh Gott müssen wir da von der anderen Seite rein oder es klappt überm Portal und dann den Questgegenstand ist also tatsächlich würde ich jetzt mal behaupten äh ein Kartenabschnitt nur als Nebenziel ich aktiviere mal unten erstmal das Portal Spiel gespeichert wunderbar da ging es hier nicht noch weiter nein ging es tatsächlich nicht ähm ja ich würde mal sagen da wir jetzt hier ein besonderen Bereich äh entdeckt haben die Mitternachtsölen das wahrscheinlich wirklich nur für eine Nietenquest dient das uns hoffentlich einen sehr sehr guten Bonus bringt ähm und das durch die Portale hier ein bisschen kompliziert werden könnte wenn ich das so sehe äh mache ich das im nächsten Video dann haben wir das nochmal extra aufgeführt genau ich bedanke mich jedenfalls fürs Zuschauen ich hoffe ihr seid beim nächsten Video wieder mit dabei wünsche euch bis dahin alles Gute euer Renne jetzt ich dann ich das das ist so